hallo und herzlich willkommen zu let's play to get her world of warcraft zu zweit und hallo herzlich willkommen zu stars plays world of warcraft weiter geht bei dem kackstelzen ja wir machen das jetzt auch dual parallel gibt es bei mir jetzt eine folge zu sehen bei ihm auch und ich finde sie direkt in rahmob wiii ja rahmob sie sind ja auch nicht mehr selten die spawnen zehn minuten später sowieso wieder egal rahmob da muss ich jetzt nicht wirklich hin oder friedhofsratten wird es denn da keine ahnung muss auf jeden fall nicht hin oder nee ich muss die tür raus ich finde ausgang nicht doch da ja es geht jetzt schon ewig nicht mehr weiter weil dein hat es kein bock irgendwie sowas ja irgendwie sowas ja aber wir machen jetzt trotzdem mal weiter kann ja nicht sein dass das ewig nicht weitergeht und ich merke dass ich das fraps angemacht gut bei dir wird es wahrscheinlich nicht sein weil du hier ja fast ein high end pc hast ja ich nicht nicht mehr aber trotzdem ist meine grafikkarte noch auf platz sieben ja obwohl ich schon jahr alt ist ja cool und was hast du für welche denn da drin alter da fragt sich was der rechner ist zwei drei monate alt nee so alt ist ja noch nicht das ist zwei monate oder sowas ja irgendwie habe ich das gefühl ich bin ja völlig falsch und mann ich habe es in bestfahrt rein zu ach nee quatsch da bin ich doch richtig das macht doch gar nicht mal okay ich wusste die gefangene reitfriedermaus benutzen ich bin jetzt hingelaufen okay das war fehl gut ich leite das mal raus bei ihm wird er jetzt noch mit nur bei mir gibt es gecuttet gibt es bei dir auch bei mir schon bei mir gibt es gecuttet bei dir so ein fieser fieser mit aber auch mach doch einfach weiter ausnahmsweise was wir dann beim questen schneid ich es eh raus nur jetzt noch einen schönen fehl am anfang war das passt und passt später schneide ich es eh raus vor allem bei sammelquests schneiden wir raus das kannst du aber glauben nein du kannst wegen mir weitermachen ich schneid es raus he he so auch da toll glaube ich muss nur die schlitz-questslots durchschließen war ich nie er ist das ich habe kein bock in gs christlich so eigentlich gar nicht das ist nicht interessiert ich trinke jetzt was gesundes sprudel sprudel warte fag ich bin gerade am trinken auf einmal spawnen die ganze karte voll roter schrift unten warte fag ok hm war das jetzt schon alles sehr langweilig nicht mal noch katapulte ok hm hm ne ich bin schon fertig ok flieg mal zurück ja flieg noch höher ich weiß gar nicht was beruflich machen soll ich habe eigentlich alle außer schmied das braucht eine schurke nicht also eine schurke mit schmied hm 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 äh hm 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 quatsch hm 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 rico gebrannte fackel sich damit jetzt machen werde ungeziefer mit einem schwung eurer brennenden fackel lasst mich raten ich musste zwischen tunnel laufen okay friedhofsratten da zieht mal ab hier what the fuck alter wie viel ist das ohne ich hatte keinen standbild weil es einfach viel zu viel ist auf einmal das sind mindestens 60 okay schätzt man wie viele ratten das sind faktisch jetzt um die 100 aber alle auf einer stelle ich sehe es nicht also es ist mir schnuchts wie er es ist im partor jetzt jetzt ne fraps macht es jetzt ist ende doch jetzt geht es wieder haut mal ab fuck ich sterbe gleich geht mal weg da sehe ich ich bin super am sterben so die habe ich jetzt gekillt königlicher chemiker besorgt für ein freigelegte andenken ich hätte dies verdammte liegt nicht nur auf dem kopf zack zack bedarf da brauchst kein bedarf zu machen da kann ich nicht drauf würfeln weil ich viel zu weit weg bin das ist mir doch egal was das langweilig mit der mitscheher hast zu lange verstümmelt dass er gegner tot außer außer du machst verfehlen dann ist es was anderes du hast es ja seelen gebunden gequälte seelen alle drei sekunden schatten schaden oh mein gott minus 2 scheiße gleich sterbe ich gestörte erde wo ist die erde gestört ja was sie müssen behindert oh mein gott das ist gestörte erde da musste man eine blume einpflanzen dann schreite ich die blume an weil sie auch gestört ist nein ich habe keine account gefunden deutsche weil du es gefragt hast ja danke für die antwort nach zehn jahren ja ich rede erst mal aus ok das ist das war jetzt ein bisschen schwer das war so eine drecksratte bei uns ich will charg 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 ich wundere wenn ich einfach einen cut mache weil dann meine mutter reinkommt scheiße bei die hört man sie dann ja nee da machst du aber auch bitte einen cut nö doch nein dann fahr ich dorthin wo du wohnst und prügel dich zusammen und dann schneidest du es raus da hat er und das jetzt nicht wenn er schon wird das siehst mich nicht ich komme ja und hin und dann hast du deutsch im rücken du stehst schon bei mir für mich im zimmer so ungefähr ich glaube ich kann auf die schulter oder gott star wo bist du ach so war mein doppelgänger die die das war total stumpf ist dringend ach die laben waren gerade was das versteht man kaum du warst wahrlich anders als heute sein wir ruhig auch ruhig dafür werden sie bezahlt Ilneas wird sich für immer an euren Mut erinnern wir werden zurückkehren da ist das Wölfe nicht hier gut da man jetzt die hälfte eh nicht verstanden hat sieht man ja unten den chat trotzdem nicht meine schuld warte mal ich muss jetzt hier mal soundqualität ist normal verringern um die spielleistung zu verbessern ok vtf ich finde eigentlich den sound angepasst ok cool ich habe ja hier einen sprinten warum soll ich es denn nicht benutzen weil er nicht denn sprinten gesundung alter wie lang war ich beim lehrer nicht nicht beim lehrer verstümmeln sucht einen lehrer auf ok ich kann verstümmeln ich verstehe blizzard nicht wo sind sprinten bin ich jetzt blind da sprinten verfügbar auf stufe 16 er lässt gleich mal pvp machen oh toll jetzt haben wir oh man da fängt das gewimmel bei ihm da hinten an ja es ist mir egal ich lass das jetzt drin tut mir leid wenn es laut wird ist es aber jetzt nicht mein problem nee jetzt schneide ich nicht raus jetzt habe ich gerade irgendwie keinen bock so zieht sich das projekt nur in die länge ok hier lass ich jetzt alles drin später wird rausgekattet ist mir scheißegal was du sagst ich will ich bin doch burscht der junge junge ja du kannst das projekt ja noch bis ewig lang hochziehen ich schneide das raus richtig ja weil du ja sonst nichts am aufnehmen bist du arsch ich habe ja auch noch nicht so viele projekte wie du also von daher passt es ich habe ja auch nicht viele nö überhaupt nicht nein wie kommst du denn da uäh ok jay ich hab spott kleben schleudern was ist das denn jetzt kleben schleudern kleben sperrfeuer doppelte geschwindigkeit ok ey aber du weißt schon dass ich dual waffen mache ne ja natürlich auf jeden fall es ist mir scheißegal du tankst so oder so du machst als tank echt kranken damage so was soll ich denn hier jetzt killen